Herzlich Willkommen alle Gute in Hautechtraum von Fall zu Fall. Wir wollten heute mal drüber schwitzen, ich brauche ein bisschen zu suchen, aber nicht so richtig zu suchen. Das ist die Bank, ich habe keine Hypotheke. Das ist eine Hypotheke, Karin. Eine Hypotheke ist an sich eine Garantie, die angeschrieben wird, ob eine Immobilie, die es in der Haus hat, in der man so lehnt. Wenn man so lehnt, hat man schon null Garantie. Wenn man so lehnt, hat man eine Hypotheke, dann droht man sich auf dem Haus ab, dass die heutige Suche lehnt wird. Wenn man das Haus verkauft, hat man garantiert, dass es eine Suche gibt. Und zwar für den Montag, dass man das Haus abgedreht. Das sagst du normalerweise immer Banken für eine Hypotheke. Du lehnt nicht 100.000 Euro. Du kannst auch eine Hypotheke führen. Allmensch kann eine Hypotheke androhen. Der Dienst ist, was du musst machen, dass der Prädienst über den notariellen Akt gemacht wird. Du kannst eine Hypotheke a priori über den Notariekt androhen. Wenn man sich im Kader, wenn man ihn kontaktiert hat, für die Suche zu bezahlen, dann kannst du auch als Sicherheitshypotheke anhandeln. Dann brauchst du keine Notariektur. Weil der Richter nicht die Hypotheke zu bezahlen, sondern verurteilt ist. Wenn man den Montag allein hat, den man lohriert hat, dann darf man ihn natürlich nicht zurückbeziehen. Und ich weiß, das war schon am Viererhaus. Wenn ich dich leider runter und dann kriege ich Gott sei Dank ein Urteil. Dann geht es durch, dass ich auf Basis von dem Urteil eine Hypotheke androhen kann auf dein Haus. Das nennen wir dann eine Hypotheke judicie. Wir haben von Karin Lugert gesagt, dass die Hypotheke konventionell ist. Wir können uns nicht sehen, wir können uns nicht in der Hypotheke gehen. Das ist konventionell. Es gibt noch ein Urteil. Und das kann ich androhen. Ich kann mit der Androhung auch zwangsvoll strecken. Also, wenn man sich nicht zurückbeziehen kann, wie kann ich das? Okay, wenn ich sage, ich bin 100 Meter zurückgegangen, du hast eine Hypotheke an meinem Haus. Aber du kommst nicht, kommst nicht, kommst nicht, kommst nicht. Wenig ist dann so, dass ich keinen Klack habe. Dann verkaufen wir dein Haus. Dann verkaufen wir dein Haus. Dann verkaufen wir dein Haus oder was auch immer. Und da gibt es an sich zwei verschiedene Situationen. In der einen, dass du dein Aktdienst mit der Bank gemacht hast, da steht immer daran, dass du an sich verzichtst auf die ganze Prozedur, die man nennt ist CZ Immobilie. Weil das ist an sich eine ganz komplizierte Prozedur. 500.000 Zustellungen müssen gemacht werden, ein Schüssemann muss geholt werden, Gott weiß was. Wo du an sich siehst, im Moment, wo du denkst, was die Bank muss siehst, ich verzichte noch auf all die dort Prozedur. Das Einzige, was er muss machen, ist, dass wir durch den Wichtern ein Kommandament zustellen lassen. Dann haben wir im Moment Zeit, für eine Schuld zu bezahlen. Aber wenn man den Wicht nicht bezahlt hat, dann kann die Bank einen Zwangssteiger machen. Ah ja. Das geht nicht mehr, wenn die Bank am ersten Rang ist. Den ersten Rang, das heißt, du hörst an sich, auf dem Hypothekenamt gehen die Hypotheken und alle Götter ab. Genau, am ersten als vier. Das kannst du nicht mehr machen, wenn es den ersten am Rang passt, sonst musst du die ganze Prozedur respektieren. Mit den ersten, als einfach den ersten, wie sie es sagen, als vier, das ist nicht der, die die meisten suchen. Nein, nein, nein. Das sind die als ersten, dort am Wochenende angedrohen. Am bisschen. Am bisschen, ja. Das heißt, wenn es daraus resultieren, dass es los ist, zum Beispiel, mein Haus kann man nicht mehr rumzuholen. Das ist eine Million wert, anders musst du 100 Millionen bei einer Bank. und dann drohen die Hypotheken an. Dann bleiben wir noch 900 Millionen. Das heißt, ich kann nur bei den nächsten Bank gehen, und da, dann auch eine Hypotheker auf das Haus, geht das bis die Millionen, und lass den Sturm ein bisschen spüren. Das geht so lange, bis der Kind mich fünzt. Keiner spricht. Der sieht, ich kann garantiere mich da. Wenn man auch bankmäßig spricht, dann fünzt, denke ich am Prinzip auch nicht so viele Banken, die da bis eine Million lehnen, weil die Weltwahl von einem Möbeldrafer kann variieren müssen. Aber man kann lange abgehen von Immobilien, aber man kann natürlich, kann natürlich auch sein, das war leur Ruf. Ja, gerade bei einer Zwangstehe, kriegst du ja nicht unbedingt den Preis, den es die Kindes kriegt, wenn es da gut Zeit hält, sondern du musst dein Haus schäufe jetzt verkaufen, dann fragst du immer Kaffee, damit es gut riecht, wenn die Amateure kommen, wenn der Zwangstehe. Ja, ich habe gesagt, dass es oft mit einem Dusterhaus ist. Aber von allem, du kannst auch weit über die Millionen gehen. Also die Bank hat 800 Euro gelegen für dein Millionenhaus, und dann auch brauchst du einfach noch Geld, und allein ist das nicht wert. Ich weiß nicht, das ist nicht wert. Und ich stelle dann die Hypothek an, sie wird freiwillig, wenn es das mal so ist, oder sie wird auf Basis vom Urteil, was dich eigentlich erwirkt hat. Du kannst Hypotheken nur von 5 Millionen auf ein Haus von einer enger Million. Das Problem ist, dass du den in deinem Rang ganz handeln hast, dann habe ich mich gekriegt. Das ist das Problem. Und natürlich, wenn du der Chauffeur angedrohen hast, auf dem Haus von einer enger Million, dann sagst du, ich gehe in eine Hypothek, was du besuchen hast. Komm, wir wollen da reden, wir bleiben Kollegen. Das ist das einzige Problem. Das ist nicht, wie wenn du eine Wahl festgeschrieben wirst, eine Maximalwahl. Das wird dabei kommen, das muss ich vielleicht doch wissen, dass das verschiedene administrationen, staatliche administrationen, Hypotheken, auch nicht, dass sie angedrohen sind. Das heißt, die Steuern, die Thirien, die Thirien, eine sogenannte Hypothek legal, man hat es schon gesehen, judiciaire, konventionell, die dreht als legal, und die muss man nicht angedrohen sind. Das heißt, die brauchen nicht an dem bisschen angedrohendsten Sinn, dafür zu bestohlen. Das heißt, wenn die Steuern nicht bezüllen, können sie mein Haus bezüllen. Im Resümee, ja. Kennt ihr das? Das heißt, wenn du dein Haus verkehrst, also es ist so, dass der Nordherr verschiedene Organismen ausschreibt, eben, die Organismen, die in Hypothek legal sind. Du hast ein Bier in der Metzland, hier, ich bin nicht dabei. Nein. Gut. An dem Moment schreibt, äh, 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 das Steueramt, oder, äh, äh, ein Registrement, denn Herr Valerius hat sich nicht hier nicht bezüllen, anders nach, äh, so viele, äh, tausende von Euro schällig, und dann geht das, der Füße von dem Frieden worden. Das ist, den Nordherr muss das dann zurückhellen, er verdänen, und all die Leute, die die Hypotheken haben, da waren, ja, ich spreche das. Passt. Ja. Vielleicht eine, äh, eine kleine Präzision, ähm, du kannst Situationen haben, wo es, äh, dein Haus verkauft, und du hast mehr Hypotheken im Haus, äh, wie, äh, wie, äh, der Verkehrspreis ist, ähm, du sind, äh, einst du Leute, die sich an Kriterien, ja, wie kannst du dein Haus nicht verkaufen? Da ist das nicht der Fall, du kannst dein Haus verkaufen, weil, das wärst du schon blockiert, dann ging es dir nicht mehr, das ist eine extra Prozedur, die nennt sich Prozedur de Pürsch, das heißt, ich spüre schon, äh, 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 meine Möbel von all den Hypotheken, die auch gedroht sind, das ist eine extra Prozedur, wo eben alle Crianci, äh, kann so, aber für den Preis, für den Verkaufspreis, den Urgebäude geht, weil nicht das Haus selber. Das ist eben für zu evitieren, dass du dein Haus unter dem Preis verkiebst. Die Hypotheken sind nicht dafür, dich zu blockieren, äh, 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 zu verkaufen. Wenn aber nur zum Beispiel teils verkauft, und du hast so viele Hypotheken drauf, dann sind die ersten, zwei, drei, können gesucht, und die nächsten, drei, vier, sind keine gesucht. Bleibt denen die Hypotheke an eine Art Schuldschein, vis-à-vis von der Person, wozu soll ich das tun? Also, du musst in der Schäden, durch die Hypotheke, und die Schuld als solches. Die Hypotheke, der das schon, so der Tisch gibt, mir, just Garantie, die er gedroht. Das nicht durch den Fett, das du dein Haus verkiebst, das denkt, Schuld verschwind. Auf der Person. Das eben, durch das dein Haus verkauft wird, dann kommen wir nicht genug so heran, als eben die Hypotheke wenn er nicht wird, mir das nicht der Schuld als solches, du dadurch verschwinden. Das bisschen, ist das öffentlich? Das bisschen, ist öffentlich, die Bischer, sie sind schon ziemlich dickbischer, die kann alle Menschen angesehen, du kannst auf das Hypothekebüro gehen, also in Valache hat gerne ein extra von all den Immobilien, die Herr Valerius besitzt. Und ohne Grund? Ja, ohne Grund. Ich meine, da war schon ein bisschen an der Presse, wo schon so extra Hypothekehren abgetaucht sind. Ich persönlich fanden dann auch kein guter Sache, mit das aber, mit das aber, es sind öffentlich, die anderen Menschen angesehen. Das ist ein Problem mit dem Mann, da. Also, ich will nur gleich gucken, beim Gerrit. Da stehen dann auf der Heibchen, die hast bei weitem kein Millionen, da stehen dann ein Millionen gelangen. Wie ist das dann? Das ist also fundamental, das bei den, hat sich bei den, auch wenn es bei der Bank krediert muss, sind leider mal schockiert, wenn sie, bei mir nachdenken, nachschreiben, weil dein Montag entraste, das ist erstens mal zu, das du gelehnt hast. Und da kommen noch vorher, wenn es einer Montag dabei ist, sind sie mal direkt schockiert, wo sie denken, dass sie das doch noch missbezogen haben. Das ist aber nicht der Fall. Bank hält, ein Hypotheker, am meisten Rang, nicht mehr für den Montag, den es lehnt. Man hat keine Formel der Kalkül für ihn noch aufzudecken, falls es nicht zurückbezogen werden, dass die Banken nicht mehr für die eventuellen Zinsen, die in dem Moment gestellt werden oder für eventuellen Freien, die gibt nicht nur einen Zwangsstimmungsgemerkungen. Das heißt, dass es praktisch das Duerbild wird als Montag angedrohiert. Voilà, ich hoffe, ich hoffe, dass wir euch helfen können, bei der Hypotheke können. Ich hoffe, ich hoffe, Wir sehen uns, wenn es darum gibt, von Fall zu Fall. von Fall. Untertitelung des ZDF, 2020